Hallo, nicht erschrecken! Und zwar wollte ich heute nur eine kleine Ankündigung machen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ich habe die 9000-Grenze geknackt. Dankeschön. Ich habe das Letzte total gefeiert. Ich weiß auch nicht rum, warum 9000 ist irgendwie eine schöne Zahl. Und ja, dann wollte ich nur eine kleine Ankündigung machen, bevor ich das vergesse und bevor das weg ist. Es geht nämlich um den Videodate 2013. Ich werde anwesend sein dort zum ersten Mal. Ich bin total nervös. Ich freue mich schon auch, ganz viele andere YouTuber zu sehen, wo ich weiß, dass sie dort sein werden. Und ja, halt die Kontakte, die man so geknüpft hat, über YouTuber einfach mal persönlich kennenzulernen. Und aus diesem Grund wollte ich sagen, wenn ihr dort in der Nähe wohnt oder Bock habt hinzugehen, kauft Karten. Ich werde auch dort sein und ich habe echt mal Lust, mit ein paar von euch einfach mal ein bisschen zu quatschen. Und ansonsten, ja, das war erstmal die wichtige Ankündigung. Den Link für den Kartenkauf werde ich in die Infobox posten. Die kosten 17 Euro, 16,90 oder sowas. Dann ist aber die Sache mit Versandung da. Das habe ich dann jeweils 20 Euro bezahlt für eine Karte. Und Madame Beauty Addicted wird auch da sein, also werde ich mich nicht so alleine fühlen. Ja, ich glaube, das wird wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Dann wollte ich noch sagen, ich bin jetzt im Moment jeden Tag am Tapezieren in der neuen Wohnung. Und ich denke, dass dazu auch ein paar schöne Videos folgen werden zu der Wohnung, wie sie jetzt gestaltet wird und was da so alles passiert. Oh ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf und ansonsten schaut mal auf meinen Blog vorbei, den ich jetzt wiederbelebt habe, wenn ihr Bock habt. Links ist alles in der Infobox. Und ansonsten, vielen lieben Dank für alles und ja, bis zu meinem nächsten Video, was auch bald kommen wird und bis dann. Tschüss! Tschüss!